Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute ohne eine große und besondere Einleitung möchte ich euch etwas vorlesen, aber das was ich euch vorlese, das widme ich Kerstin und Helmut, einem wunderbaren älteren Paar aus der Nähe von Frankfurt, die mich in den letzten Monaten immer wieder wunderbar mit tollen Büchern versorgt haben. Wie das Buch hier jetzt genau heißt, da spielt gar keine Rolle, da gehe ich auch nicht weiter drauf ein, weil ich habe da ein Kapitel rausgenommen, weil das wurde mir von Kerstin und Helmut empfohlen, dieses eine Kapitel zu lesen. Der Rest des Buches muss ich mal sehen, da muss ich noch sehen, ob ich mal die Zeit habe mir das durchzulesen. Sieht auch nicht schlecht aus, aber naja, wir werden sehen. Aber dieses eine Kapitel hat es mir wirklich angetan. Ich habe da die ersten, weiß ich, sieben, acht Seiten oder sowas habe ich davon gelesen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja, und dann dachte ich, ich setze mich heute mal hin und mache das Video davon und fange an, das Buch zu lesen, aber dann hat mich gestört, diese ständigen Referenzen auf die Bibel. Nicht, dass ich ein Problem habe mit Bibelreferenzen, aber ich habe ein Problem damit, das in dem Video so zu verarbeiten, dass ihr auch gleichzeitig die Bibelreferenzen gut lesen könnt. Weil die Schlachterbibel, die ich als PDF habe, taugt da nicht allzu viel für, weil die ist ganz schlecht gemacht. Das kann ich euch ja mal eben gerne zeigen. Hier zum Beispiel haben wir das Neue Testament der Schlachterbibel. Römer 7,18 ist hier jetzt gerade mal aufgeschlagen. Hier oben ist meine Suchfunktion, weil das Problem ist, dass das hier nicht in verschiedene Bücher unterteilt ist. Dann stehen hier immer diese ganzen Bemerkungen dazwischen. Das gefällt mir überhaupt nicht gut. Auf der Online-Version der Schlachterbibel haben wir das hier. Da muss man auch immer wieder über die Startseite gehen und dann das Buch nehmen. Also das ist für eine Videoarbeit sehr, sehr umständlich und das gefällt mir leider gar nicht. Und deswegen dachte ich, ich schaue mal, ob ich das Buch nicht auch als PDF finde. Und siehe da, ich habe das gegoogelt und finde das Buch auch als PDF. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich keine Audioaufnahme, sondern dann lese ich das Kapitel, was ich euch gerne vorlesen möchte. Und dann könnt ihr da mitlesen. Und ansonsten lasse ich halt nur mein Stunde der Wahrheit Bild an der rechten Seite über. Und dann werden wir jetzt mal anfangen, das zu lesen. Und wie gesagt, diese Lesung widme ich Kerstin und Helmut. Vielen Dank für eure wunderbare Unterstützung, die ihr mir habt zukommen lassen. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar für. Und wie gesagt, ich habe die ersten ungefähr acht, neun Seiten in diesem Kapitel gelesen. Und das gefällt mir so sehr, dass ich sage, da möchte ich den Rest dann auch noch lesen. Und dann kann ich das ja ebenso gut als Video aufnehmen. Also von daher lesen wir, werdet nicht der Menschenknechte. Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschenknechte. 1. Korinther 7, 23 Nun, wenn da jetzt weiter die Bibelzitate kommen, dann gehe ich auf diese Bibelzitate weiter nicht ein, sondern da sie hier ja deutlich genannt werden und auch stehen, könnt ihr das Video dann gerne pausieren und könnt selbst zu Hause in eurer eigenen Bibel, vorzugsweise in Deutsch eben hier die Schlachter 2000, nachschlagen und könnt euch eben die Bibelhinweise durchlesen. Ich habe das ja auch während des Lesens gemacht, aber hier fürs Video ist mir das zu umständlich. Würde einfach zu viel Zeit kosten, immer hier und da dann die richtigen Bibelstellen aufzuschlagen. Und es geht ja nicht darum, ein Video so künstlich in die Länge zu ziehen. Also, wir lesen, werdet nicht der Menschenknechte. Zweimal schreibt der Apostel Paulus den Korinthern, ihr seid teuer erkauft. Wie Sklaven, die ihr Herr um einen Preis gekauft hat, werden die Gläubigen an das ausschließliche Eigentumsrecht erinnert, das Gott in Christus Jesus über sie gewonnen hat und geltend macht. An den ersten diesbezüglichen Hinweis im 1. Korinther 6,20 knüpft der Apostel die Aufforderung, darum preist Gott an eurem Leib und bringt damit zum Ausdruck, ihr gehört mit Leib, Seele und Geist nicht mehr euch selbst, sondern eurem himmlischen Herrn. Die zweitgenannte Warnung aber will sagen, ihr gehört auch nicht den Menschen. Es ist alle Zeit sehr nötig, diese Warnung neu zu beachten. Denn das Glaubensschifflein strandet immer an zwei Klippen. Herrschende Eigenwille heißt die eine, Knechten der Fremdwille die andere. Die einen verführen sich selbst durch ihren blinden Eigensinn, die anderen werden verführt durch den blendenden Herrschersinn anderer Menschen. Meist wohnen sogar beide Gefahren in einem und demselben Menschen. Lasst uns daher der bedeutsamen Warnung des Apostels ein williges Ohr leihen. Wie beschämend ist es da zunächst, dass Gottes Wort die Menschen vor den Menschen warnen muss. Ja, die Menschheit ist ein gefährliches Geschlecht geworden. Wer sich vor diesem Geschlecht nicht in Acht nimmt, wird von ihm mit ins Verderben hinabgezogen. In unserem selbstsüchtigen Eigenwillen haben wir den allernächsten Feind gegen Gott und im allgemeinen selbstsüchtigen Menschenwillen haben wir denselben Feind millionenfach um uns. Darum ist die Heilige Schrift tatsächlich der eine, große Protest Gottes gegen alles Menschliche. Dem Worte Gottes im Glauben Recht geben heißt deshalb, in die Gegenwehr gegen uns selbst und alles Menschliche eintreten. Eine tatsächliche, buchstäblich außerordentliche Stellungnahme. Es war und blieb die Stellungnahme Jesu unter den Menschenkindern. Nie leitete ihn Eigenwille. Nie knechtete ihn der Menschenwille. Ganz gebunden an seinen Vater im Himmel, gingen er beinahe losgelöst von jeder menschlichen Beeinflussung. Bedeutete es nicht geradezu die Beiseitesetzung der natürlichen menschlichen Blutsbande und nahezu die grundsätzliche Loslösung von der Familie, als er seine Mutter mitsamt seinen ihn suchenden draußen stehenden Brüdern mit der Frage abwies, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und die Hand über seine Jünger ausstreckte und sagte, siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wie wir nachlesen können in Matthäus 12, 46-50. Welche? Man möchte beinahe sagen, rücksichtslose Abweisung berechtigter menschlicher Ansprüche, wenn sie irgendeinen göttlichen Anspruch störten. Desgleichen die Antwort an jenen, der sich freiwillig zur Nachfolge stellte, aber zuvor seinen Vater begraben wollte. Lasst die Toten ihre Toten begraben, lesen wir in Matthäus 8, 22. Und welcher ärgerniserregende Abbruch aller menschlichen Beziehungen zu Nazareth, seiner Vaterstadt, in strikter Erfüllung des himmlischen Vaterwillens, in Lukas 4, 14-30. Und wie muss das Menschliche des reichen Jünglings verletzt gewesen sein, als er betrübt von Jesus hinweg ging? Wie wir in Matthäus 19, 16-22 nachlesen können. Wie anders hätte ein Seelsorger von heute diesen ansprechenden, einflussreichen jungen Mann behandelt. Und was brachte die Pharisäer in tödlichen Hass? Dass Jesus ihre religiösen Satzungen und ihr frommes Gebaren als Menschenmache entlarvte und als Menschenmache verwarf, wie wir in Matthäus 15, Vers 1 und fortfolgende nachlesen können. Wie zwingend legte er ihnen den Unterschied zwischen göttlichem und nur menschlichem vor, als er sie fragte, die Taufe des Johannes, woher war sie? Vom Himmel oder von Menschen? In Matthäus 21, 25. Wahrlich, der Herr hat das nur Menschliche, wo es sich dem Göttlichen neben- oder überordnen wollte, mit rücksichtsloser Vollmacht in die niederen Schranken zurückgewiesen. Da er nun so außerordentlich widersprechend auftrat, musste er notwendig selber zu einem Zeichen werden, dem widersprochen wurde in Lukas 2, 34. Wir wissen, dass du nicht das Ansehen der Menschen achtest, bekannten die Pharisäer heuchlerisch vor ihm. In Matthäus 22, 16. Und doch brachten sie ihn gerade wegen seiner unerhörten Unabhängigkeit von Menschen unter die Begründung, was machst du aus dir selbst? In Johannes 8, 53. Aus Neid ans Kreuz. Verletzter Pharisäerdünkel war die äußere, die menschliche Ursache seiner Hinrichtung. Ohne sich vor Herodes, seinem gottlosen Landesvater, den er einmal Fuchs genannt, und vor Pilatus, dem machtstolzen Menschenknecht, gebeugt zu haben, befahl er der Außerordentliche freiwillig, wie er sich gefangen gegeben, auch freiwillig seinen Geist in seines Vaters Hände. Der unmittelbar mit Gott Lebende konnte nur mittelbar durch Menschen sterben. Zuvor aber hatte er den Petrus, der ihm den Kreuzesweg versperren wollte, die Antwort gegeben, Gehe hinter mich, Satan! Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Matthäus 16, Vers 23. So hat Jesus, der auserwählte Knecht Gottes, in seiner unantastbaren Niedrigkeit und Hoheit uns auch ein Beispiel gelassen, was es heißt, nicht durch Eigenwillen herrschen zu wollen und sich nicht durch Menschenwillen beherrschen lassen zu wollen. Als das Abbild des unsichtbaren Gottes und Urbild wahrer Menschlichkeit erschien, der Gottessohn als der verkörperte Protest gegen die gesamte Menschenart und gegen jeden menschlichen Anspruch, der dem Anspruch Gottes an uns widerstreitet. Wie hat doch Paulus, der auserwählte Knecht Jesu Christi, dies Beispiel seines Herrn so trefflich befolgt? Vor seiner Bekehrung, ein Knecht des Eigen- und Menschenwillens, hielt er die Kleider derer, die Stephanus steinigten und war gerade im Dienst der Feinde Jesu mit Haftbefehlen auf dem Weg nach Damaskus, als er die Befreiung von jeder Menschenknechtschaft erlebte. Gerade ihm bedeutete die Erkenntnis Gottes und Christi, die aus Gnaden erlangte Fähigkeit, zwischen göttlichem und menschlichem klar zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ordnet fortan all sein Denken und Tun. Er steht im steten Protest gegen sich und alles verwirrende Menschliche, vor dem er vorausschauend mit unerbittlichen Worten warnt. Zu tief durch die göttlichen Gnadenwirkungen in sich und anderen erfahren, hat er die Ertragfähigkeit des alten Menschen als auf Null bestehend bezeichnen müssen. Nichts Gutes, wie wir in Römer 7, 18 lesen. Das kann ich ja mal eben tun, das hatte ich hier schon aufgeschlagen. Römer 7, Vers 18, da lesen wir ja, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht, sagt Paulus hier. Diese Erfahrung scheidet ihn von allem Fleisch. Nie kann er sich wieder an sich selbst oder an Menschen verlieren. Er sieht sich samt Menschen und Welt im Zeichen des Kreuzes und die Welt soll ihn so sehen. Galater 6, 14 Wie sehr bleibt er sich des Gegensatzes zwischen den Wirkungen seines eigenen Wesens und den Wirkungen des Geistes Christi in sich bewusst. Wie gründlich, sagte er, der Menschenweisheit, den Menschen Satzungen, dem Herrschenwollen über Menschen und dem Beherrschtwerden durch Menschen ab. Zweifellos, Paulus war entronnen der Herrschaft des Eigenwillens und der Herrschaft des Menschenwillens. So allein vermochte er, seiner hohen himmlischen Berufung und Erwählung treu zu bleiben. Und so allein war er frei, ein Knecht Christi unter Menschen zu sein. Erstens, damit wir nicht unserer persönlichen himmlischen Berufung untreu werden. Und zweitens, damit wir Christi Knechte auf Erden zu sein vermögen. Das erste, also, damit wir nicht unserer persönlichen himmlischen Berufung untreu werden, ist die Voraussetzung für das zweite, Christi Knechte auf Erden zu sein vermögen. Denn von der rechten Erkenntnis unserer Erwählung und Berufung und deren Gefährdung durch Menschenknechtschaft hängt unser gerechter Dienst für Christus ab. Oder unser rechter Dienst für Christus ab. Es gibt, soweit ich sehe, drei Kreise göttliche Erwählung und Berufung. Erstens, einen weitesten Kreis der allgemeinen Erwählung und Berufung der Menschen zur Errettung aus der Sünde und vor dem kommenden Zornesgericht Gottes über die Sünder. Zweitens, einen engeren Kreis der besonderen Erwählung und Berufung der Menschen nach Zeitaltern, Völkern und Volkszugehörigkeit, innerhalb deren Gott nach seinem Heilsplan die Errettung der Menschen vollzieht. Das, was jetzt kommt, finde ich sehr, sehr wichtig. Dass wir nicht vor 3000 Jahren, sondern jetzt und nicht in Zentralafrika, sondern hier leben, entspricht diesem zweiten Kreis göttlicher Erwählung. Da geht der freie Wille. Drittens, einen allerengsten Kreis der persönlichen Erwählung und Berufung, der eigentlich immer nur ein Punkt ist, nämlich ein menschliches Eigenleben bedeutet. Dass ich bin, wer ich bin, ist einmalig. Und dass ich als solcher von Gott innerhalb der beiden ersten Kreise Erwählt und berufen bin, ist ebenso einmalig. Was will das aber besagen? Eben davon lasst uns hören. Es bedeutet für eine gläubige Seele, Kind Gottes, werde das, wofür du, gerade du, erschaffen, erwählt und berufen bist. Hat dein Leben eine einzigartige Bedeutung, dann hat es auch einen einzigartigen Wert, der in deiner einzigartigen Bestimmung liegt. Diese deine Bestimmung sollst du um jeden Preis erkennen und erreichen. Zu nichts gehört eine feinere, zartere, sorgsamere, geistlichere Aufmerksamkeit als dazu, die Linie in deinem Leben herauszufinden, die Gott vor Grundlegung der Welt für dich abgemessen und abgesteckt hat, dass sie deine Lebenshilfe werde. Mit Furcht und Zittern dein Seelenheil schaffen heißt da nichts Geringeres als Herr, lass mich dir in keiner Weise entgleiten. Lass mich ganz werden, wozu ich geboren und wiedergeboren, erwählt und berufen bin. Welch ein verantwortungsreiches, wachsames Glaubensleben bringt das. Es ist das Ende aller Ich und Menschenherrschaft. Es ist der Weg durch Selbstverneinung zur Selbstgewinnung. Manche meinen, Selbstverneinung sei Selbstvernichtung. Das ist unvernünftig und unbiblisch. Wir haben nichts Kostbares als unser Selbst. Aus diesem Selbst soll ein Ewigkeitswert für Gott werden. Eben dazu muss alles Gottfeindliche in uns verneint und ausgeschieden werden. Das Gottfeindlichste in uns ist aber unsere vermeintliche Selbstständigkeit als Ich-Herrschaft wieder Gott und Menschen. Selbstverneinung ist nur die Verneinung unserer Selbstständigkeit als Selbstherrlichkeit. Es sei hier wiederholt, die Selbstverneinung schließt nicht das Selbstbewusstsein aus, sondern schließt es in allerhöchstem Maße in sich ein. Man muss ein Selbst haben, um ein Selbst geben zu können. Jesus hatte das größte Selbstbewusstsein nun infolgedessen das Vermögen zur größten Selbsthingabe als Preisgabe seiner Selbstherrlichkeit. Und je mehr auch wir die eigenwillige, eigenmächtige Selbstherrlichkeit unseres persönlichen Lebens preisgeben, desto gottgewollter, gottesmächtiger und gottesherrlicher werden wir gerade unser persönliches Leben gewinnen. Matthäus 16, 25 Diese Erkenntnis schließt aber auch die andere Seite in sich ein, nämlich durch Selbstbehauptung zur Selbstgewinnung. Hier handelt es sich um unsere Stellung den Menschen gegenüber. Gott will nie unser persönliches Selbst auslöschen, aber die Menschen trachten beinahe durch Weg da nach. Habt ihr gut zugehört? Das muss ich hier mal eben anstreichen. Hier handelt es sich um unsere Stellung den Menschen gegenüber. Gott will nie unser persönliches Selbst auslöschen, aber die Menschen trachten beinahe durch Weg danach. In dem Maße, als die Menschen eigenmächtig und selbstherrlich Gott gegenüber bleiben, treten sie auch eigenmächtig und selbstherrlich ihren Mitmenschen gegenüber auf. Je weniger sie sich von Gott in Christus beherrschen lassen wollen, desto mehr werden sie ihre Mitmenschen dazu beherrschend suchen. Eben da heißt es, werdet nicht der Menschenknechte um eures von Gott geprägten einmaligen Selbstwillen, in dem euch Gott erwählt und berufen hat. Lasst dieses Selbst nicht durch der Menschen herrschlüsterne Ansprüche verwirrt, verwüstet und seiner göttlichen Bestimmung entzogen werden. Ihr gehört Gott in Christus an, behauptet euch gegen die Herrschsucht selbstherrlicher Menschen. Siehe aber bei der Befolgung dieser Mahnung ja gut zu, dass du nicht etwa nur deine eigene, eigenwillige Selbstherrlichkeit gegenüber der Selbstherrlichkeit anderer zu behaupten suchst, wie es so nahe liegt und leider so vielfach geschieht. Mancher trotzt. Werdet nicht der Menschen Knechte und doch, und ist doch nichts anderes als ein trotziger Ich-Knecht. Denn es herrscht ebenso sehr Mangel an gottgewolltem Selbstbewusstsein unter den Gläubigen wie andererseits Überfluss an eigenwilligem Selbstbewusstsein. Auf der einen Seite billige, fromme Dutzendware, immer unreif, immer ungeistlich, ungeübt und urteilslos, immer nur unpersönliche Mitläufer und Anhänger, die nie zu sich selber aufgewacht sind. Nie eine Sonderprägung Christi werden konnten, die weniger Schwache im Glauben sind, sondern Verkrüppelte im Glauben, durch eigene Trägheit in der Erkenntnis Christi und ihrer hohen göttlichen Berufung. Sind sie nicht immer Knechte der Menschen? Auf der anderen Seite, wie viele biblisch äußerlich wohlgeschulte, selbstbewusste Ichlinge, die glückselig sind, wenn sie nur irgendwo und irgendwie sich geltend machen, ein Röllchen spülen, in Selbstklugheit lehren und Selbstherrlichkeit regieren können. Immer sind sie überlegen, immer selbstweise selbstgerechte Kritiker der anderen und reden in Hochmut fließend von der Demut und von ganz nahen Kommen des Herrn. Sie sind es, die uns weismachen möchten, ihr armseliges Menschliche sei bereits das göttliche und ihre Sorte Christentum, die einzig zukunftsfähige auf Erden und im Himmel. Und zwischen beiden Lagern die wenigen in Christus von sich und Menschen frei gewordenen Seelen, die nicht mehr in selbstischer Anmaßung sich über andere erheben, aber auch nicht mehr von der Anmaßung anderer sich bedrücken lassen wollen. Oh, wie erquicken sie doch, wenn man ihnen durch Gottes Gnade begegnet, diese wahre freien, wahre vornehmen Seelen, in deren Gegenwart man vertrauen darf, weil man es ihnen anmerkt, dass sie ohne selbstische Absicht denken, reden und handeln, die gerade weil sie nicht herrschen wollen, umso gewisser durch Christus im Glauben herrschen. Römer 5, 17 Und gerade weil sie sich nicht menschlich beherrschen lassen wollen, umso freiwilliger und wahrhaftiger in dienender Demut gehen. Wir wollen uns doch sehr ernstlich fragen, ob wir zu diesen erquickenden Menschen, diesen allein echten Söhnen des Friedens gehören, denn der Ich-Mensch sind immer auf Krieg. Betrachten wir nun praktisch die Gefährdung unserer hohen Erwählung und Berufung durch die üblichen Formen der Menschenknechtschaft. Da ist an erster Stelle die allgemeine Menschenfurcht zu nennen. Wie bezeichnen für den gefallenen Menschen, dass er seine Mitgeschöpfe mehr fürchtet als seinen Schöpfer. Die nie vor Gott gezittert, zittern vor vergänglichen Menschen. Von diesen glauben sie sich abhängig, aber von Gott unabhängig. So suchen sie statt der Gotteshilfe die Menschenhilfe und lieben die Ehre bei Menschen mehr als die Ehre bei Gott, wie wir in Johannes 12, 43 auch lesen können. Wie viele Erweckte kommen nicht zur vollen Bekehrung wegen dieser elenden Menschenfurcht. Statt glückselige Knechte Christi zu werden, bleiben sie erbärmliche Menschenknechte. Und die Männer erweisen sich hier feiger als die Frauen. Es ist gewiss, dass Christus mehr aus feiger, blasser Menschenfurcht als um grober, roher Sündenliebe willen verleugnet wird. Im scheinbaren Gegensatz zur blassen Menschenfurcht steht die bunte Menschenvergötterung. Und doch ist auch sie nur eine Abart der Menschenfurcht. Denn auch sie entstammt der törichten Überschätzung der Menschen Natur. Die Ehrfurcht und hingebende Liebe, die zuallererst Gott zukommt, wird dem Geschöpf, dem Abgott dargebracht. In dieser abgöttischen Kreaturenliebe stehen auch noch viele Gläubige. Ihr Fleisch begehrt noch das Fleisch. Ihre ungestillte Seele verliert sich noch an die andere Seele. Man liegt gebunden und versklavt in erlaubten und unerlaubten offenbaren und geheimen Neigungen, die es einem unmöglich machen, Jesus nachzufolgen, Erwählung und Berufung festzumachen und Christi Knecht zu werden. Zu dieser Form der Menschenknechtschaft gehört auch die fromme Abgötterei. Knechte und Mägde Gottes sind ihr Gegenstand. Aus Dankbarkeit ihnen gegenüber wird Verhimmelung, aus Verehrung Vergötterung. Blindlings hängt man an unzulänglichen Staubgeborenen, deren Bild je länger, desto mehr das Bild Christi verdrängt und schwört auf sie, bis man durch Entdeckung ihrer sogenannten Schattenseiten allmählich oder plötzlich enttäuscht wird. Aber welches Unheil bringt solche Menschenknechtschaft in sich? Birgt, Entschuldigung, aber welches Unheil birgt solche Menschenknechtschaft in sich? Eine besondere Form dieser Knechtschaft ist so dann die leidige Nachahmungssucht gegenüber dem vergötterten Vorbilder. Man möchte nur noch werden, wie der Abgott ist. So ahmt man ihn nach in Sprache, Kleidung, Haltung, Gebärden, Schrift und Dienst und setzt sich in solcher albernen Menschenknechtschaft ein ganz falsches Ziel, das uns nicht werden lässt, was wir nach Gottes Willen werden sollen. So gesegnet das Studium edler Vorbilder ist, so fluchvoll kann das sklavische Hängenbleiben an ihnen werden. Für wie viele gibt es nur einen annehmbaren Gottesknecht, nur eine vorbildliche Magd des Herrn und alles andere ist in ihren Augen und in ihrem Munde nichts. Da sie sich so für die wahrhaft Freien halten, sind sie zu bedauerlichen Knechten der Menschenvergötterung geworden. Sie können wohl der Abdruck ihres Abgottes werden, aber niemals ihre eigene persönliche Bestimmung erreichen. Dieser massenhaft betriebenen, abgöttisch knechtenden Verehrungssucht steht die knechtende Herrschsucht zahlloser Einzelner gegenüber. Diese Art geht planmäßig darauf aus, sich den Menschen überzuordnen, um sie dem eigenen Willen gefügig zu machen. Es gibt eine göttliche Gnadengabe in der Arbeit für den Herrn gebietend und ordnend ein- und durchzugreifen im 1. Korinther 12, 28, in dem Gott neben Aposteln usw. auch Helfer und Regierer in der Gemeinde gesetzt hat, deren göttliche Gnadengabe zur Erfüllung ihrer göttlichen Gnaden Aufgabe dienen soll. Aber wer, wenn diese Berufenden samt unzähligen Unberufenen sich zu eigenwilligen Herren in der Gemeinde aufwerfen und es wimmelt von solchen fleischlichen Herrschernaturen großen und kleinen Päpsten, wie man sie nennt. Nicht alle sind von Natur aus herrschsüchtig gewesen. Viele sind erst geworden durch eben die sklavische Verehrungssucht ihrer Verehrer und Verehrerinnen. Ihre Anhängerschaft hat sie auf den Thron gesetzt. Welch unheilvolle Krönung! Nun kennen diese Herren nur eines herrschen und es ist furchtbar unheimlich wahrzunehmen, wie sie dabei die geistliche Aufsicht über sich selbst verloren haben, indem sie immer blinder ihren Eigenwillen mit Gottes Willen verwechselten. Wer dem, der nicht ihr Gepräge anerkennt und annimmt, sie können ihm nie verzeihen, wer dem, der bewusst oder unbewusst in ihr Reich eindringt, ihre geheime oder offene Rachsucht kennt da keine Grenzen. Und wie viele werden und bleiben solcher Menschen Knechte. Unser Herr hat eins gesagt, ihr wisset, dass die Fürsten der Völker sie unterjochen und dass die Großen sie vergewaltigen, aber unter euch soll es nicht so sein. Matthäus Kapitel 20 25 und 26 Und Paulus schrieb damals, Nicht, dass wir Herren seien über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Zweite Gründer 1 24 Die ganze Kirchengeschichte ist eine einzige Sündengeschichte angesichts dieses Christus und dieses Apostel Wortes. Denn sie ist die Geschichte der weltförmigen Herrschsucht im sogenannten Reiche Christi. Unterjochung und Vergewaltigung des Glaubenslebens anderer durch herrschsüchtige Glaubensgenossen ist die schändlichste und verderblichste aller Formen der Menschenknechtschaft. Früher wurde sie mehr im Großen betrieben, jetzt wird sie nicht minder schändlich im Kleinen und Einzelnen ausgeübt. Kleine Päpste legen allenthalben ihre Joche auf. Nur ihre Meinung, nur ihre Auslegung und nur ihre Art darf gelten. Nur ihre Glaubensregel wird geduldet. Alles andere wird von ihnen verdächtigt und verketzert. Soweit ihr Einfluss reicht, wird alles planmäßig ihrer alleingültigen Auffassung untertan gemacht und fein oder grob innerlich vergewaltigt. Mit welchem Ergebnis? Starre, öde Gedankenlosigkeit ringsum, platte oder ängstliche oder auch dumm stolze Nachschwatzerei des immer wieder gehörten, unbrauchbare Stumpfheit oder knechtselig funktionierende Dienstbarkeit oder aufgestachelte angelehrte Parteilichkeit, jedenfalls aber hässlich und bedauerlich verkrüppeltes Seelenleben, verdorbene Entwicklung, verfehlte Bestimmung. Der Gräuel menschlicher Verwüstung an der heiligen Stätte eines Menschenherzens. Ich kenne ganze Gemeinschaften, ja ganze Gemeinschaftsgebiete, die von solchen echt starken Herrschernaturen in geistliche Wüsteneien verwandelt worden sind. Sie sind Knechte von Menschen geworden. Sehr oft aber erzeugt Druck Gegendruck und dann kommt es in solchen versklavten Herden zu Aufständen. Ein Gegenherrscher, der die eigene Herrschlust und der Neid geschult, tritt auf und reißt die Gewonnenen mit sich unter das Banner seiner Lehre und in den Bann seines Wesens. Wieder ein Verderber im Weinberg Meer. So entsteht und blüht das knechtene Rotten- und Sektenwesen. Für mich ist Sekte alles, was nicht Christus, das Haupt im gemeinsamen Wachstum festhält. Kolosser 2 Verse 18 bis 23 Für mich ist Sekte alles, was nicht Christus das Haupt im gemeinsamen Wachstum festhält, sondern sich selbst als Haupt gebärdet. Da muss man sich dann unterscheiden durch Sonderlehren, Sondergebräuche, Sonderlichkeit, in denen man nach eigener Wahl einhergeht, in Demut und Geistlichkeit der Engel, in seinem aufgeblasenen fleischlichen Sinn, in eigenwilligem Gottesdienst. Sektenwesen entsteht immer durch herrschsüchtigen Eigenwillen. Darum ist es gleichbedeutend mit Menschenknechtschaft. Möge es im größten und oder im kleinsten wirksam sein, möge es als breite Hierarchie, wie die Priesterherrschaft, oder als Konventikel, Winkelwesen regieren. Wo Menschenwesen herrscht, herrscht Sektenwesen. Und da herrscht auch immer der knechtende religiöse Betrieb. Er ist heute die häufigste Form der Menschenknechtschaft unter den Gläubigen. Man hat dem Staate, dem Machtkirchen, dem Sozialismus und Industrialismus das Organisieren nachgeahnt und das Glaubensleben auf menschlich gelegten Gleisen in Bewegung setzen wollen. Da sollte es nach menschlicher Zahl und Zeit laufen. Da sollten die Erfolge äußerlich gemessen, gezählt und gebucht werden, wie die Geschäftserfolge mit einem Kontor oder die statistischen Erhebungen im Amt. Dazu bedurfte es, genau wie in den weltlichen Betrieben, der Arbeitsteilung und äußerlich geordneten Arbeitsleistung. Dies führte aber, ungleich schädlicher als in weltlichen Betrieben, zur abstumpfenden Arbeitseintönigkeit und zugleich zu aufreibenden Arbeitshetze. Da bliebe immer weniger Zeit und Raum für unmittelbare göttliche Geisteswirkungen, die sich ja nicht nach der Uhr der Menschen richten. Und doch sollte immer etwas geschehen, denn man wollte doch Erfolge sehen. So trat dann immer unheilvoller anstelle des Wirkens Gottes das eigenmächtige Wirken der Menschen, die menschliche Mache, die kulturell-religiöse Leistung und damit die elende Versklavung an den religiösen Betrieb, diese Geist, Seele und Leib tötende Form der modernen Menschenknechtschaft. Wie viele arme Sklaven zerarbeiten sich heute in ihrem Dienst? Wie viele Reichsgottesarbeiter sind doch nur religiöse Tagelöhner, nämlich schauderlich arme Menschenknechte? Nur noch zwangsmäßige Abhängigkeit von Menschen, vorgesetzten Behörden Komitees, Vorständen und so weiter bewegt sie. Und diese Behörden, Komitees, Vorstände und so weiter selber sind nichts anderes als meist überlastete, gehetzte Sklaven ihres Amtes und Pöstchens oder richtiger, ihrer vielen Ämter und Pöstchen, die sie nicht mehr zu wahrhaft geistlichem Atemholen kommen lassen. Auf der anderen Seite aber steht die gläubige Menge, die nun von Gottesdienst zu Gottesdienst, von Versammlung zu Versammlung gehetzt wird, so viel hört, so wenig behält, noch weniger lebt, so viel läuft und so wenig erjagt, so viel liest, so wenig weiß, so herrliches ersehnt und so gewöhnliches aufweist. Was kann denn bei all diesem geräuschvollen Betrieb anderes herauskommen als Selbstbetrug und betrug anderer, nämlich innere Lehre, gleich äußerer Wortschwall, innere Erschöpfung, gleich äußeres Heldenspiel, innerliche Überführung von Unwahrhaftigkeit, gleich äußerliches Streiten für die Wahrheit, Entachtung der Persönlichkeit, Verlust am göttlichen Selbst. Wohl denen, die im verödenden Dienst des religiösen Betriebes bereits zu dieser notwendigen Einsicht gelangt sind. Und wehe denen, die vor lauter Dienstrausch oder Predigzauber den Fluch des knechtenden religiösen Betriebes, der sie bannt, nicht einmal spüren. Oh Menschenknechtschaft, unsere hohe Erwählung und Berufung, schwer beeinträchtigende, ja gefährdende Menschenknechtschaft. Eine böse Seite der menschlich-religiösen Betriebsherrschaft unter Gläubigen ist die Titel- und Geldherrschaft. Es gibt doch keinen ehrenderen Titel als den Titel Bruder oder Schwester im Herzen. Ich wenigstens wünsche mir keinen höheren und bedauere es allemal, wenn Kinder Gottes mich statt Bruder Herr nennen. Ja, ich will lieber missbräuchlich Bruder als gebräuchlich Herr genannt werden. Wie viel weniger sollte doch bei Christen Herr statt Bruder gelten. Aber es ist leider umgekehrt. Wer irgendwie innerlich noch ein Herr sein möchte, hört sich auch gerne äußerlich so nennen. Darum ertragen viele dem biblischen Titel Bruder ebenso wenig, wie sie sonstige biblische Wahrheiten, die der Selbstherrlichkeit ans Leben gehen, nicht ertragen mögen. Mir graut immer ein wenig vor jedem als da ist immer ein Bann von Menschen Knechtschaft. Wir sind da Sklaven einer so bezeichnenden Weltsätte geworden. Wo unterjocht und vergewaltigt wird, da mag der Titel Herr ein beliebter und doch ach so täuschender Klang sein. Auch bei Kindern Gottes soll es nicht so sein. Soll es nicht also sein. Da heißt nur einer Herr. Wir alle aber sind Brüder. Johannes 13 13 Matthäus 23 7 bis 11 Ganz wichtiger Punkt. Ein einziger ist Herr Jesus Christus. Wir alle aber sind Brüder. Habe ich auch deutlich gemacht in meiner Lesung in der Abspielliste von Martin Luther 2017 in seinem Schreiben von 1520 an des christlichen Standes Besserung. Müsst ihr euch mal anschauen. Wie aber wenn man sich in gläubigen Kreisen gar nicht genug tun kann mit An und Aufführung von Titeln denen gegenüber der Titel Herr beinahe eine nackte Schande ist. Lest sie nur die großartigen Unterschriften auf großartigen Aufschriften die prunkenden Rednerlisten und stolzen Komitee Herren Namen. Lest sie nur damit ihr sehen lernt wie Gottes Volk auch nach dieser Seite hin Werdet nicht der Menschen Knechte und das gilt auch in Bezug auf die Geldherrschaft. Die Jakobus 2 1 bis 9 bezeichnete Sünde geschieht unter uns alle Tage. Jakobus 2 1 bis 9 Also das möchte ich mir dann doch jetzt mal eben anschauen weil da sagt er glaube ich dass die Basis der Sünde oder die Basis wie heißt das wieder allen Übels ist das Geld Jakobus 2 und dann Verse 1 bis 9 oder wie stand das hier Jakobus 2 1 bis 9 muss man auch eine Ausnahme machen meine Brüder sagt Jakobus hier Jakobus übrigens im englischen James ein Halbbruder Jesu Christi meine Brüder verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus den Herrn der Herrlichkeit nicht mit Ansehen der Person denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und mit prächtiger Kleidung es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung und ihr würdet euch nach dem Umsehen der die prächtige Kleidung trägt und zu ihm sagen setze du dich hier auf diesen guten Platz zu dem Armen aber würdet ihr sagen bleibe du dort stehen und setze dich hier an meinen Fuß schäme würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten hört meine lieben Brüder hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwehrt dass sie im Reich dass sie reich in Glauben würden und Erben des Reiches dass er denen verheißen hat die ihn lieben ihr aber habt den Armen verachtet sind es nicht die Reichen die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht lästern sie nicht den guten Namen der über euch ausgerufen worden ist wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst so handelt ihr recht wenn ihr aber die Person anseht so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt denn wer das ganze Gesetz hält sich aber in einem verfehlt der ist allem schuldig geworden denn der welcher gesagt hat du sollst nicht Ehe brechen hat auch gesagt du sollst nicht töten wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst aber tötest so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden redet und handelt als solche die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den der keine Barmherzigkeit geübt hat die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht jetzt habe ich inklusive Vers 13 gelesen aber das könnt ihr mir sicher verzeihen das finde ich kann man durchaus machen ein wenig weiter zu lesen aber wie gesagt das gilt auch in Bezug auf die Geldherrschaft die von Jakobus bezeichnete Sünde geschieht unter uns alle Tage dass man die Leute eben nach ihrem Aussehen beurteilt der eine sieht reich und gut situiert aus und der andere eben ärmlich und gleich mache ich meine Vorurteile wo reiche Brüder infolge ihrer Geldmacht in Gemeinde oder Gemeinschaft herrschen sind andere Brüder gewöhnlich so gut wie entmündigt was der Mann mit dem goldenen Ring und herrlichen Kleide sagt geschieht es ist aber andererseits sehr zu betonen dass es unter Gläubigen auch eine demokratische Herrschsucht gibt die nichts mit Christi Geist zu tun hat sondern dem Zeitgeist entstammt dessen Züge sie trägt denn sie pocht auf Menschenrechte und ihre fleischlichen Waffen heißen Neid Begehren nach Besitz Macht und Genuss Ich Trotz Klassentrotz auch da gilt werdet nicht der Menschen Knechte Wo und wie aber auch menschlicher Herrschgeist sich unter Kindern Gottes entfaltet überall und immer zeitigt er die gleichen Früchte nämlich Ungeduld Unbarmherzigkeit Ungerechtigkeit infolgedessen ist sein Gesamtergebnis geistliche Unfruchtbarkeit Wie der menschliche Herrschgeist in der Gemeinde wirkt habe ich einmal aus dem Munde eines geistgesalbten Führers gehört der sich selber seines früheren harten Herrscher Regiments anklagte Seine Stimme bebte vor bitterer Reue als er erklärte Mein größter Fehler war die Ungeduld Ich konnte weder auf die Einzelnen noch auf die Gemeinde warten Ich wollte vorwärts Ich wollte zum geistlichen Ziele hin Aber ich bediente mich dabei fleischlicher Mittel und wusste es nicht Wenn jemand von meinen Leuten sein ich nicht so schnell und so gründlich in den Tod geben wollte wie ich es wünschte und selber glaubte getan zu haben so schlug ich ihn tot Ja ich habe auch einige unbarmherzig tot getreten Nun war ich ihr nun war ihr ich ertötet aber keine Spur von Christi Leben entwuchs diesen Tod Was der Geist hatte tun wollen hatte meine Herrscher Faust getan aber zum fruchtlosen Verderben Ende Zitat Welch ein erschütterndes lehrreiches Bekenntnis möge es allen Seelsorgern zur Warnung dienen gleich wie es auch mir gedient hat Die selbe Unfruchtbarkeit wirkt derselbe Herrschgeist in der Familie Wie manches Ehepaar hat mir schmerzlich erklärt keines unserer Kinder ist bekehrt aber wir sind selber daran schuld wir sind zu streng gewesen wir glaubten in gewissen Jahren die Bekehrung erzwingen zu müssen und damit hatten wir alles verdorben wir wollten eben selber machen was allein Gott wirken kann nun können wir nur noch beten der Herr möge unsere Torheit wieder gut machen müssen nicht auch Frauen in Bezug auf ihre Männer dasselbe bekennen und umgekehrt Männer in Bezug auf ihre Frauen so hat also die Menschenknechtschaft vielerlei Formen aber immer die gleiche geisttötende Wirkung stets entspringt der Herrschersinn dem Eigensinn sei es in guter oder in böser Absicht und stets entspricht auch der Sklaven Sinn irgendeinem törichten Eigensinn denn Christi Sinn macht weder selbstbewusste Gebieter noch an Menschen verkaufte Sklaven Wie aber entfliehen wir sowohl dem Verderben der Herrschsucht als auch dem der Knechtschaft nicht dadurch dass wir es aufgeben auf Menschen zu wirken und auch nicht dadurch dass wir es vermeiden Menschen auf uns wirken dadurch dass wir Menschen in Christus werden die mehr und mehr allein von ihm beherrscht auch mehr und mehr allein ihm dienen und zwar gerade mitten unter den Menschen in ihm sind wir erwählt in ihm allein werden wir was wir werden sollen für uns und für die Menschen lernen wir es also inmitten der Menschen nach oben leben das ist befreiende Glaubensarbeit das ist bindende Gebetsarbeit das ist Einsamkeit im Gedränge das ist Festigkeit bei aller Beweglichkeit Selbsthingabe und Selbstgewinnung in einem von Jesus uns beherrschen lassen macht uns zu Herrschern unter den Menschen ohne Herrschsucht und ist die einzige Sicherheit gegen jede Beherrschung durch Menschen Abhängigkeit von ihm gibt eine staunenswerte Unabhängigkeit von allen Staub Geborenen aus ihm leben zu ihm hin leben ist die einzige Gewähr für die Erreichung unserer ewigen Bestimmung in persönlicher Vollendung nach oben leben erhebt uns über die Menschen und macht uns doch nicht hochmütig nach oben leben löst uns von den Menschen und trennt uns doch nicht von ihnen nach oben leben entrückt uns allem jammer der Erde und macht uns doch nicht mitleid los nach oben leben bringt uns völlige Geduld und lässt uns doch keine Zeit versäumen nach oben leben nimmt uns alle Sorgen und hält uns doch in der einen Sorge der Verbindung nach oben nämlich das Leben in Christus nicht zu verlieren nach oben leben das heißt getreu unserer himmlischen Erwählung und Berufung das Gottes Wunder unserer menschlich persönlichen Einmaligkeit erleben die ihre besondere Arbeit bringt auf Erden und ihre gottgewollte persönliche Herrlichkeit bringen wird im Himmel die besondere ureigene Arbeit auf Erden das leitet uns hinüber zum zweiten das wir betrachten wollen denn wir müssen uns nicht nur hüten der Menschen Knechte zu werden damit wir unser göttliches Selbst nicht verlieren und unserer ewigen himmlischen Erwählung und Berufung nicht untreu werden sondern wir dürfen auch nicht Knechte der Menschen werden weil wir sonst nicht Christi Knechte auf Erden zu sein vermögen nicht nur die Erhaltung unseres Persönlichkeits Wertes der sich mit dem Werte unserer Seele deckt nötigt uns zur Befreiung aus der Menschenherrschaft sondern praktisch sind wir ganz besonders zur Abweisung der Menschen Knechtschaft genötigt weil wir sonst nicht in Freiheit erlangen und behalten Christi Knechte zu werden und zu bleiben Unsere himmlische Erwählung und Berufung wird in irdischer Arbeit nämlich im Dienst für den Herrn festgemacht Befreiung von der Menschen Knechtschaft soll uns praktische Freiheit zum und im Dienste Christi bringen Ein Menschen Knecht kann kein Knecht Christi sein Das ist das Entscheidende Viele versuchen es den Menschen und dem Herrn zu dienen aber sie können es nicht vollbringen Man kann nicht zwei Herren dienen Der Gegensatz bleibt und zwingt uns zum Entweder oder Aber wunderbar Je ungeteilter wir Christi Knechte werden desto ungeschmälter kommt unser Knechtsdienst für den Herrn den Menschen zugute Also müssen wir auch um der Menschen willen nämlich um ihnen wirklich dienen zu können aufhören der Menschen Knechte und Diener zu sein Das lasst uns verstehen lernen Schauen wir Jesus an wie er in allem was er tat doch nur Gott allein diente Dann wäre der Sohn Gottes ein Mensch Diener gewesen So wäre ein Sündendiener gewesen Galater 2 17 Das sei ferner Nur weil sein Dienst vollkommener Gottesdienst war konnte er den Menschen völlige Erlösung bringen Wie unvergleichlich hat sich der Herr dienend den Menschen geneigt Aber er hat dabei nur das Werk getan das der Vater ihm aufgetragen hatte dass er es tun sollte Alles geschah damit die Schrift als die Offenbarung des unverbrüchlichen Vaterwillens erfüllt würde und die Menschen glauben sollten an den der den Sohn gesandt hatte Wie sehr dabei Jesus jeden selbstständigen Eigenwillen und jeden andringenden fremden Menschenwillen ausschloss haben wir einleitend ein wenig gesehen Sein Tun wurde nur göttlich bestimmt nie menschlich So sehen wir den den die Menschen mit Recht Herr nannten Johannes 13 13 als aller Knecht und Diener Matthäus 23 11 und er war doch ganz allein Gottes auserwählter Knecht Wie aber waren die Pharisäer die alles durch sich selbst und vor Menschen taten und sich dabei rühmten Wir sind nie jemands Knecht gewesen Johannes 8 33 Wie waren all diese Pharisäer richtige Ich und Menschen Knechte Und schauen wir Paulus an Gleich wie die anderen Apostel bezeichnet er sich grundsätzlich als Knecht eigentlich Sklave Jesu Christi Im Buch Timotheus nennt er sich selbst ein Gefangener Jesu Christi Die Apostel hätten sich ja auch Freunde Jesu Christi nennen können Denn der Herrn einmal zu ihnen gesagt Ich sage hinfort nicht dass ihr Knechte seid denn ein Knecht weiß nicht was ein Herr tut Euch aber habe ich gesagt dass ihr Freunde seid denn alles was ich von meinem Vater gehört habe habe ich euch kundgetan Ihr seid meine Freunde wenn ihr tut was ich euch gebiete Johannes 15 14 Und sie hätten sich auch Brüder Jesu Christi nennen können denn der Aber nein Aber nein sie nannten sich grundsätzlich Knechte Jesu Christi Warum wohl Nun ich denke um ihre bedingungslose Abhängigkeit von ihrem Herrn und ihre ebenso bedingungslose Unabhängigkeit von den Menschen zum Ausdruck zu bringen so gab es für sie keinen höheren Dienst und zugleich Freiheitsgrad als eben den Knechte Jesu Christi Das hat Paulus der geringste unter den Aposteln ganz besonders bezeugt Keiner hat seine totale Abhängigkeit von Jesus so betont wie er Von und durch Jesus Christus wusste er Apostelamt Offenbarungen Evangelium Weisheit und Predigt also allen Dienst empfangen zu haben indem er seinen Herrn ein Sklave geworden war Aber eben deshalb wusste er sich auch in der Gebundenheit an seinen Herren frei allen Menschen gegenüber Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst fragte der unverständlich gewordene Galater oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein Wenn ich den Menschenloch gefällig wäre so wäre ich Christi Knecht nicht Galater 1 Vers 10 Und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt ist das meine ständige Botschaft über Google Plus wenn ich neue deutschsprachige und auch englischsprachige Videos hochlade nicht nicht immer nicht immer zu 70% Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zu Dienst oder gedenke ich Menschen gefällig zu sein wenn ich den Menschen noch gefällig wäre so wäre ich Christi Knecht nicht deutlicher kann man seine Freiheit in Christus nicht zum Ausdruck bringen und wunderbar derselbe Mann der solche Sprache führt schreibt den in sich selbst verengten Korinthern denn wiewohl ich frei bin von jedermann habe ich mich doch zu jedermanns Knecht gemacht auf dass ich ihrer viele gewinne 1. Korinther 9 19 und dann führte auf wie er allen alles geworden ist auf dass er auf alle Weise etliche errettete so hat der große Apostel um den Menschen Recht zu dienen aufgehört ihr Knecht zu sein und um Christus Recht zu dienen ist er aller Knecht geworden wie treulich hat Paulus seinen Meister verstanden von hier ging auch Luther aus als er im jahre 1520 an den Anfang seiner Schrift von der Freiheit eines Christen Menschen die zwei Beschlüsse setzte ein Christen Mensch also Knecht Christi ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan ein Christen Mensch Knecht Christi ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan Wie haben wir doch diese apostolische und reformatorische Begründung des Gesetzes der vollkommenen Dienstbarkeit so schmählich vergessen und wie haben wir es angesichts der verführerischen Zeitideen und falschen Freiheitsbestrebungen die auch die Gläubigen erfassen so hoch nötig neu in dieser allein heilsamen christlichen vollkommenen Freiheit und vollkommenen Dienstbarkeit zu stehen und zu bestehen werden wir ganze Knechte Christi wie Paulus wie Luther und wir werden ganz freie Herren und ganz frohe Diener nichts hilft uns der Gemeinde und der Welt als dieses aber der größte Feind dieser gottseligen freien Dienstbarkeit ist und bleibt eben die betrügerische ich selige Versklavung an uns selbst denn sie führt alle Zeit auch zur unseligen Versklavung an die Menschen heute wollen Millionen nicht mehr der Knecht der Menschen Knechte sein aber dieselben Millionen wollen auch nicht Christi Knechte werden sondern selbst herrlich leben und gerade deshalb bleiben sie der Menschen Knechte denn wer selber Herr sein will braucht die Menschen immer irgendwie als Knechte und eben dadurch begibt er sich in die Abhängigkeit von Menschen die ihm dann selber zur Knechtschaft wird weil er die Menschen zur Aufrechterhaltung seiner Herrschaft nötig hat und weil diese wiederum selber Herren sein wollen nur einer und eines kann diese fluchvolle gegenseitige Versklavung auflösen und beenden Christus unser einziger Herr wir einzig seine Knechte allein allen Menschen aber freie Diener dann tun wir je länger desto mehr alles was wir Menschen dienen tun nicht mehr um unseret Willen auch nicht um der Menschen Willen sondern tatsächlich um Christi Willen tun wir was wir tun um unseret Willen das heißt im Eigenwillen zum Eigennutz so beanspruchen und erwarten wir selbstsüchtigen Menschen gerade dann umso mehr Anerkennung umso mehr Ansehen Dank und Lohn und die raffinierteste Selbstsucht ist dabei die scheinbar selbstlose Selbstsucht die zu vornehm ist um den gewünschten Lohn von Menschen zu erwarten und zu empfangen sondern mit sich selbst mit dem Bewusstsein der Uneigennützigkeit belohnt und bewertet der Mensch kommt eben niemals durch sich selbst von sich selbst los er bleibt ein Knecht seiner selbst bis er Christiknecht geworden ist und tun wir andererseits was wir tun um der Menschen willen so werden wir Sklaven ihres und unseres Ansehens ihrer und unserer Artverschiedenheit Begierden Launen Einfälle Ausfälle Vorliebe und Ablehnung Vorzüglichkeit und Abscheulichkeit Schmeichelei und Dreistigkeit Dunkelhaftigkeit und Erbärmlichkeit Oh welch bunte Menschen Knechtschaft Bis wir je besser wir die Menschen mit biblisch geöffneten Augen kennenlernen einsehen dass sie um ihrer selbst willen durchaus nicht liebenswürdig sind und wir einsehen dass wir es auch nicht sind Diese biblische Einsicht leitet uns hin zum Ende aller fleischlichen Menschenliebe und alles fleischlichen Menschenhasses Endlich bleibt uns nur noch eine Stellung den Menschen gegenüber übrig nämlich die in Christus und nur noch ein Dienst nämlich der um Christi willen Fortan ziehen und schrecken uns die Menschen nicht mehr besonders Wir suchen und fliehen sie nicht mehr Wir suchen und fliehen sie nicht eigentlich mehr Wir verehren und verachten sie nicht mehr wie früher Wir gebrauchen sie weniger und lassen uns weniger gebrauchen Aber gerade so vermögen wir frei von ihrer und unserer Willkür frei von Knechten der Zuneigung oder Abneigung frei von Knechten der Ehr und Habsucht ihnen in steter Unwillkürlichkeit des Geistes zu dienen und allen alles zu werden ohne uns an sie zu verlieren und sie an uns zu binden denn wir sind teuer erkaufte Knechten Christi und sie sind sein Erbgut und wir wollen nur Gehilfen ihrer Freude an ihm werden Und wie wird uns dann jede einzelne Menschenseele um Christi Willen so lieb und so teuer Mag ein Mensch seiner fleischlichen Art und Erscheinung nach noch so abstoßend auf unser Fleisch wirken wir können ihn doch lieben denn wir lieben ihn ja nicht mit unserer eigenen Liebe und Liebesfähigkeit sondern mit der Liebe Christi ja mit dem Herzen Christi dem unser Herz gehört Wir brauchen nur im Geist zu erwägen dass Gott auch um dieses Menschen Willen seines eigenen Sohnes nicht verschont sondern ihn für ihn hingegeben hat zur Versöhnung und Erlösung und der unangenehmste Mensch wird uns alle bar denn siehe Gott liebt Christus liebt ihn Wir können dem Menschen der für Christus bestimmt ist mit dem was in Christus für ihn bestimmt nämlich mit Christi Liebe in herzlichem Erbarmen und großer Geduld dienen für ihn glauben für ihn beten und hoffen auch durch und für ihn leiden und das alles umso williger wenn ein Mensch bereits im Glauben steht und selber Christi Knecht ist wie viele Mängel er auch noch haben mag wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleische 2. Korinther 5 16 so dass unser Fleisch sich an seinem Fleisch ärgern müsste wie es in Hochmut Neid Hass so oft geschieht sondern wir begegnen ihm helfend wartend im Geist und achten ihn höher als uns selbst Philipp 2 3 denn wer bin ich dass ich einen fremden Knecht richte er steht und fällt seinem eigenen Herrn und sein Herr ist Christus Römer 14 4 auch legen wir niemandem ein knechtisches Joch auf noch lassen wir uns selbst in ein solches Joch empfangen sondern kennen nur das sanfte Joch Christi und so erleben wir das wunderbare nämlich nichts kann uns zu Menschen Knechten machen wenn wir wirkliche Knechte Christi und um seinen Willen Diener aller sind dann kommt es auch nicht mehr darauf an in welcher äußeren gesellschaftlichen Lage wir uns befinden Knechte Christi sind überall Herren und überall Knechte der Ich und Menschen Knecht erwartet sein Heil beinahe durchweg von einem Wechsel seiner persönlichen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse mehr äußerer Besitz und mehr äußere Macht scheint ihm gleichbedeutend mit mehr Freiheit denn auch die Freiheit kennt er nur als äußerliche Ich-Freiheit nämlich Freiheit zu tun was man selber will Natürlich bleibt ein Knecht und der Menschen in allen Lebenslagen Wie anders ist der wahre Knecht Christi Er ist immer frei weil nur einer überall sein Herr ist Christus dem er allein gehorcht Und wäre er unter erdrückendster menschlicher Gewalt und in beängst äußerer Lage er hätte es doch immer nur mit einem Herrn zu tun der ihn nimmer drückt und beengt Christus Fassen es verkannt Wie sein Herr einst vor Pilatus zeugte Du hättest keine Macht über mich wenn sie dir nicht wäre von oben herab gegeben Johannes 19 11 So darf auch der Knecht Christi zeugen vor jeder ungerechten Gewalt Er bleibt doch nur an Christus gebunden und bänden sie ihn mit den dicksten Stricken Dem Ich Knecht scheint das lächerliche Scheinfreiheit Dem Knecht Christi wird es beseligende Loslösung von jeder Scheinfreiheit Nie war Stephanus freier als im Sterben unter der Juden Gewalt Aber andererseits bleibt der Knecht Christi immer ein Knecht Denn eben um Christi willen bleibt er in jeder Lebenslage aller Diener Besitzt er in der Freiheit Christi Geld so besitzt er es als Knecht Christi zum Dienen Sonstige Güter Gaben Macht Einfluss 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 Ansehen Ebenso Alles ist sein Aber er ist mit allem Christi Knecht Diener und Haushalter Hat er Überfluss so dient sein Überfluss dem Mangel Ebenso dient er auch mit seinem Mangel dem Herrn Nie werden die Menschen die sogenannte soziale Frage lösen und eine gerechte Wirtschaftsweise herbeiführen können die Menschenherrschaft und Menschenknechtschaft ausschließt Denn sie sind weit überwiegend Ich-Knechte und nur der wiederkommende Christus wird Gerechtigkeit schaffen Aber die Knechte Christi haben es im Dienen um Christi Willen zu beweisen dass sie den Weg zur Gerechtigkeit kennen wenn sie auch jetzt nicht Gerechtigkeit schaffen können Versagen die Knechte Christi in diesem Dienst so sind sie eben keine treuen Knechte ihres Herren Was ihnen an Dienstfähigkeit fehlt wird ihnen auch an Herrscherfähigkeit fehlen sie gleichen dann nur den weltlichen Ich-Knechten Den aber im eigentlichen äußeren Knechtsstande dienenden Gläubigen schreibt Paulus noch einen besonderen Freibrief Er Er schreibt ihnen in Epheser 6 Vers 7 Denkt daran dass ihr dem Herrn dient und nicht den Menschen Sie könnten sich ja zu allermeist für Menschenknechte halten aber da belehrt er Haltet euch für Christi Knechte und euer Jammer und Trotz hören auf Seht nicht auf die ungerechten Menschen als auf eure Dienstherren seht auf euren vollkommen gerechten Dienstherren im Himmel Den Menschen könnt ihr nur mit Schmeichelei oder Gräuel für vergänglichen Lohn dienen Euren göttlichen Herrn aber der euch mit seiner Gnade dient vermögt ihr mit Freuden zu dienen Kolosser 3 2 bis 25 Und habt ihr gläubige Herren so wisst sie sind auch nur Knechte Christi gleich wie ihr und ihr ob gleich ihr Knechte der Menschen seid freie im Herrn gleich wie sie 1 Korinther 7 22 Und ich möchte hinzufügen versteht dass der Apostel damals an wirkliche Sklaven schrieb solche seid ihr nicht darum dienet eurem Herren ohne Kummer in eurem jetzigen Stande er kann euch aber auch den Weg ins äußerlich höhere in äußerlich höhere Stellungen bahnen in Vers 21 also von 1. Korinther Jedenfalls werdet nicht der Menschen Knechte seid aber untertan aller menschlichen Ordnung um des Herren Willen 1. Petrus 2 13 Römer 13 1 bis 8 und Matthäus 17 24 bis 27 Wie oft hört man den Vorwurf das Christentum erziehe nur verdummenden Knechtsselige Kriecherei vor Menschen Das ist jedoch nur da war wo es zu herrschtigen Zwecken missbraucht wird In Wirklichkeit ist das Evangelium das einzige Mittel durch das wir jede menschliche Fesse loswerden Es gibt uns unsere höchste Würde wieder Es entreißt uns aller erniedrigenden Menschenherrschaft und bindet uns allein an Gott Es ist der immer neue göttliche Einspruch gegen jede menschliche Überhebung in Anmaßen der Selbstherrlichkeit Aber es ist auch der immer neue göttliche Einspruch gegen jede versklavende Erniedrigung des Menschen durch Menschen zur schmachvollen Verkrüppelung unseres Selbst So ist es die einzige Kraft die uns wirklich sicher zwischen Despotismus also Willkürherrschaft und Servilismus also Kriecherei durchbringt Aber mehr als das Es stellt Gottes Bild wieder in uns her indem es uns Christus förmig und zu wirklichen Herren der Erde und zu Erben des Himmels macht Es macht aus freien Knechte und aus Knechten Freie und aus beiden Diener Christi Diener Gottes Und so ist es die einzige Macht die uns wahrhaft frei wahrhaft froh und wahrhaft glücklich zu machen vermag denn es ist die einzige Macht die uns gemäß unserer ewigen göttlichen Erwählung und Berufung unserer ureigenen Bestimmung entgegenführt nämlich für Gott da zu sein Übereinstimmung aber mit unserer Bestimmung ist allein Glückseligkeit Gott Seligkeit Darum werdet weder der Menschen Herren noch der Menschen Knechte werdet aber in Wahrheit Knechte des Allerhöchsten als Knechte Jesu Christi und damit endet die heutige Lesung die da heißt werdet nicht der Menschen Knechte Ich hoffe die Lesung hat euch gefallen und was gebracht und nochmals mein Dank an Kersten und Helmut für das Zuschicken des Buches auch wenn ich jetzt im PDF gelesen habe ich werde für mich selber in dem Buch weiterlesen Danke für das Zuschicken und das war für mich ein sehr erquickendes Kapitel in diesem Buch Herzlichen Dank dafür und Herzlichen Dank euch fürs Zuhören und Zuschauen bis zum nächsten Mal Maranatha